Herzlich Willkommen zurück! Wieder mal ein Real gegen Massa! Immerhin keiner reden. Ich will jetzt einen Sieg. Ich stehe jetzt nicht durch ohne zu gewinnen. Komm, Ronaldo läuft. Ah, blöd Geloffe. Egal, ich greife ihn an. Er spielt nur rüber und ich ziehe wieder zurück. Ronaldo hat die Power. Druck machen, Druck machen, Druck machen. Die Devise. Ganz, ganz klar. Auf jeden Fall ein anderer Gegner, aber ich bin mir sehr sicher. Ich habe eine andere Aufstellung. Deutlich anders. Und wieder Ronaldo. Ja, und wieder steht einer dazwischen. Ich sollte es mal hoch versuchen. Verdammt mal eins! Er fährt mich immer wieder sehr geschickt in die Parade. So, jetzt wird es interessant. Oh, wurde sehr interessant. Da kam ja gar nichts bei raus. Oh, Casillas! Oh, Casillas! Er macht's gut. Er haut mir jedes Mal richtig gut den Ball weg. Jetzt bin ich dran. Aber schon wieder hat er ihn. Also im Zweikampf ist er saumäßig stark. So, jetzt geht wieder Konto los. Komm, Ronaldo! Hallo! Oh, shit! Oh, man! Gut gemacht! Sehr, sehr stark! Und jetzt Konto. Im eigenen Stadion, aber was anderes bleibt mir nicht übrig. Na, schatze mir den Ball! Oh, Mann, 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 Mann. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das war alles hier jetzt so knapp. Und schon wieder verliere ich den Ball. Wer macht das so saustark? Wer hat mit! Hätte ich aber auch so geklickt. So verliere ich halt wieder den Ball. Oder? Nein, behalt ihn. Gut. Ronaldo! Ronaldo! Mann, komm, komm! Fuck it! Sehr zweikampf betont hier. Sehr zweikampf betont hier. Sehr zweikampf betont. Schön, Casillas. Verdammt! Nicht gut. Angenehm. Komm, zieh einfach mal drauf. Oh, scheiße! Hätte fast geklappt. Ich hab irgendwie auf einen Fehler spekuliert. Sollte man FIFA wohl öfter tun. Mann, er weiß es immer. Gut, P.P. Schön gespielt. Und jetzt in den Rücken der Abwehr. Bravo ist auch stark. Nicht nur das Ding. Direkt rein. Ah, nicht gut. Komm, Benzema. Benzema! Komm! Yes! Dankeschön! Schwacher Schuss von mir. Den muss ich ins kurze Eck reinhauen können. Aber so hat's geklappt. Danke, Piqué. Der ist gut. 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 Oh, dranbleiben. 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 Oh, Ramos. Marcelo im Kopfballduell. Wow. Da kommt keiner mit. Da kommt keiner mit. Da kommt keiner mit. So, jetzt endlich. Komm, Ronaldo. Setz dich durch. Komm, Ronaldo. Ah, gegen den Winsling Savi. Kann nicht wahr sein. Oh, Messi. Gut so. Gut, 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 gut. Ah, Bale startet ein bisschen anders, als ich das nicht geplant hatte. Aber wie gesagt, der startet gar nicht. Oh, shit. Du dranbleiben. Mit beiden. Oh, man. Komm, schnapp den sich doch. Irgendjemand. Gut. Und jetzt Bale. Oh, nicht gut genug. Einfach nicht gut genug. Da läuft er. Casillas. Da läuft er Ronaldo. Ball kommt leider nicht an. Unheimlich Zweikampf betont dieses Spiel. Unheimlich Zweikampf betont. Fair, aber Zweikampf betont. Ja. Mist. Sehr schön. Dann dürfte ich haben. Ja. Dann habe ich. In aller Ruhe. So war es nicht geplant. Gut. Aber mit Marcelo. Er geht zurück. Wunderbar. Oh, groß. wieder Marcelo. Kopfball. Nein. Wieder Marcelo. Kopfball. Wieder Marcelo. Der macht heute Kopfball-Duelle. Und jetzt Bale. Konterchance. Unpikier hat ihn leider. Blöder Mist. Oh, nein, 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 nein. Nein. Nicht yes, sondern no. Verdammt. Ah, der steht einfach gut. Ah, Bravo schon wieder im Weg. Ehrlich. Oh, Konterchance. Geht der herlaufen. Das ist gut. Das ist gut. Nein, Jungs. Ihr trabt hinterher. Unglaublich. Ja, schön. Reinsfangen muss ich mir jetzt. Unglaublich. Cassias, ich bitte dich. Kannst du eigentlich nichts. Daniel Alves. Aber zieht er nicht. Jetzt hinten mal Wein stellt, oder? Wobei, wenn doch, ich kann das relativ gut. 10 Minuten bis heute. Aber ich muss eh auf vollen Angriff gehen. Von daher. Das macht er gut, das macht er gut. Wird damit sehr große Probleme, muss ich sagen. Dann wird nur 10 Mal sich im Kreis drehen. Das ist unfassbar. Das ist unfassbar. Das kann doch so alles gar nicht wahr sein. Zwei Minuten nach Schmisszeit. Wo soll ich das hinbringen? Das verliere ich. Die gelbe Juppe. Die ist mir echt sowas von egal. Oh Gott, ich will, dass ich das wirklich anschauen. Das kann doch nicht sein Ernst sein. Die Zeit läuft dadurch auch nicht schneller oder langsamer. Es nimmt sich gar nichts. Den holt er rüber. Ich will nicht, dass er zurück passt. 3-1 oder 2-1. Das nimmt sich nichts. Arschloch. Ganz grob gesagt. Okay. Verloren. Das ist todesärgerlich. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich habe mich jetzt noch eine Runde.